Guten Tag, Herr Henze. Heute wurde ein Antrag der FDP mit dem plakativen Titel Technologieoffenheit muss die Maxime der Politik bleiben behandelt. Im Kern ging es darum, dafür zu werben, auf Seiten der Regierung nicht einseitig auf die E-Mobilität zu setzen. Sie haben sich als wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD dazu gesprochen. Ja, natürlich habe ich mich dazu geäußert. Ganz wichtig ist natürlich für uns, dass wir nicht einseitig auf eine Technologie setzen, wie beispielsweise die E-Mobilität, wobei es da mehrere Einschränkungen gibt. Wir haben funktionierende Techniken, wie beispielsweise die Diesel-Technologie, die auch weiterhin auf der Langstrecke, so sie denn nicht irgendwann zukünftig von einer Wasserstofftechnologie abgelöst wird, nur das sein kann, womit Frachten zum Beispiel im Lkw befördert werden können, weil die E-Mobilität kann es nicht leisten. Die E-Mobilität an sich als Pkw ist momentan, selbst nach Aussage von Volkswagen im letzten Jahr, wo ich dort war, erstmal etwas für die letzte Meile, für den Handwerksbetrieb, der mit seinem Kraft da durch die Städte fährt und dort seine Kunden betreut. Aber tatsächlich, großflächig ist die E-Mobilität aus verschiedensten Gründen nicht einsetzbar. Und sie hat auch einen ganz wichtigen Faktor im Hintergrund, der Faktor nämlich, wo kommen diese Ressourcen her. Die Ressourcen kommen zum einen aus Staaten, Lithium zum Beispiel aus Südamerika, wo für eine Tonne Lithium 200.000 Liter bis 2 Millionen Liter Wasser gebraucht werden. Wir trocknen ganze Landstriche aus, wir vertreiben die dortige indigene Bevölkerung und die Staaten dort, die nicht gerade Demokratien sind, verteilen dann die Grundwasserrechte an die Abbaubetriebe. Da wird ein Raubbau an der Natur betrieben, der unbeschreiblich ist. Ähnliches verhält sich, und das ist der menschlichere Teil dabei noch, zum Thema Kobalt im Bereich des Kongos. Dort wird viel in Kinderarbeit geschürft. Und das Schlimme ist, diese eigentlich nach den entsprechenden WTO-Rechtlinien nicht auf den normalen Markt bringbaren Kobaltreserven werden dann dort in diesen Staaten in Lagerhäuser verbracht. Das sieht man zum Beispiel auch in Fernsehsendungen. Und werden dort sozusagen chinesischen Firmen zugeschrieben, sodass sie dann doch auf den Weltmarkt gebracht werden können. Das heißt, hier beuten wir Kinder aus. Und ich sage, jeder, der sich zur jetzigen Zeit ein E-Mobil kauft, muss auch wissen, der hat dafür Kinder ausgebeutet oder lässt sie ausbeuten, um sich mit seinem E-Mobil sozusagen ein grünes Gewissen zu verschaffen. Und alles, was dahinter steht, der Raubbau an der Natur, wie auch der Raubbau an den Menschen in diesen Regionen, ist den Leuten egal. Oder, was will ich mal vorausschicken, es ist ihnen nicht bewusst. Und genau das müssen wir diesen Menschen, die sich ein E-Mobil kaufen möchten, auch bewusst machen. Ja, kann es so machen, hat aber verschiedenste Auswirkungen. Es gibt noch weitaus mehr, zum Beispiel zur Umwelt. Aber ich will es nicht zu weit ausbilden. Sie haben noch ein paar Fragen, habe ich gesehen. Ja, ein paar habe ich noch. Wie stehen Sie denn zu der Frage E-Mobilität oder Antriebsmix? Ja, dazu kann ich nur sagen, es ist immer schlecht, sich einseitig auf eine neue Technologie festzulegen. Und wir haben das Problem, dass wir in Deutschland im Bereich Brennstoffzellentechnik immer noch einer der Weltmarktführer sind. Das sollten wir weiter ausbauen. Im Bereich E-Antriebe sind wir uns einer gnadenlosen Konkurrenzsituation ausgesetzt. Denn gerade China hat das Problem, oder eigentlich das Problem gelöst für sich, weil China hat sich im reaktionären, neokolonistischen Stil in diese Staaten eingekauft über teilweise Strukturprojekte und bestimmt jetzt auf dem Weltmarkt, wer bekommt die dringend erforderlichen Ressourcen für die E-Mobilität, nämlich für die Batteriefertigung. Und auch die Batteriezellenfertigung, die Fabriken, stehen entweder in China oder in Südkorea. Das heißt, dieser entsprechende Teil der Wertschöpfungskette, der wird Deutschland entzogen. Der Teil der gesamten Motorfertigung, was viele hunderttausend Arbeitsplätze, gerade in mittelständischen Betrieben betrifft, gerade in mittelständischen Betrieben auch in Niedersachsen, die sozusagen in der Motorenfertigung oder entsprechenden Zulieferbetrieben arbeiten. Diese Leute werden ihren Job verlieren. Und man geht ja auch davon aus, selbst die Gewerkschaft, dass wir beim sofortigen, knallharten Umstieg auf die E-Mobilität im Automobilbereich, 160.000 Arbeitsplätze verlieren. Und hinzu kommt auch noch, VB hat vor, ja in den Werten Emden und Hannover sozusagen vordringlich E-Mobilität, also Voll-E-Fahrzeuge zu bauen und nicht auf den Hybrid zu setzen. Die entsprechenden Weiterfertigungen von Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben, mit Diesel, mit Wertendieseltechnik und mit dem Benziner, die gehen dann in osteuropäische Länder. Und wenn hier das Experiment E-Mobilität scheitern sollte, glaube ich nicht, dass VW dann noch Willens- oder auch finanziell in der Lage ist, diese Arbeitsplätze aus diesen Ländern wieder zurück zu uns überführen. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Wir spielen hier wirklich Roulette. Und wir spielen hier Roulette nicht rot oder schwarz, das wäre eine 50-50-Prozent-Chance, sondern wir setzen hier wirklich auf eine Zahl und hoffen, das wird schon kommen. Und VW fordert ja auch schon im Hintergrund, sie möchten gerne vom Staat unterstützt werden und sie möchten sich selbst auch so ein bisschen besser stellen als die eigenen Wettbewerber im eigenen Lande, weil sie jetzt halt sagen, wir gehen bei der E-Mobilität vorweg. Auch da sehe ich eine leichte Wettbewerbsverzerrung gegen andere Automobileinsteller hier in Deutschland. Ja, Stichwort Arbeitsplätze. Wäre aus Ihrer Sicht Technologieoffenheit die beste Strategie für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze? Ja, denn ich denke mal, selbst wenn wir auf Sicht hin einen Paradigmenwechsel bei der Antriebsart brauchen, dann brauchen wir zumindestens für die Langstrecke andere Formen von Antriebsarten. Dazu gehört die Brennstoffzelle, dazu gehört natürlich auch ein Wasserstoffantrieb, wenn er möglich ist. Und all das muss entwickelt werden. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und nur weil gerade auch Deutschland massiv in Europa mitwirkt und massiv in Europa dafür sorgt, dass dort CO2-Regelungen vorgebracht werden für Feinstaub oder CO2, die unsere Industrie, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in ganz Westeuropa, ad absurdum führen, wir sind dabei, uns sozusagen selbst zu deindustrialisieren. Wenn das schief geht, dann sind wir bestimmt nicht mehr eine der weltweit führenden Exportnationen. Das muss uns bewusst sein. Wir setzen hier voll auf Risiko und das haben wir schon einmal gemacht bei der Energiewende. Und ich finde, die Energiewende ist uns hier nicht gut gelungen. Danke für Ihre Zeit, Herr Hensel. Danke, gerne.